Ich hoffe, man hat es nicht gehört jetzt. Ich habe versucht, wie schnell möglich auszumachen. Ja, schon klar. 30 Schüsse gegen die Rüstung, nichts, aber ein Schuss gegen den Kopf, obwohl da ein Helm drauf ist. Ich finde, das ist ja irgendwie ein bisschen zu einfach gerade. Klar, dass da wieder mehr Wachen kommen. Na komm her. Geht doch. Das ist nur eine Frage der Geschwindigkeit. Wie viele denn noch? Habt ihr es langsam? So. So. Okay. Okay. Okay, wir haben auch eine Schlüssel, so ein Schlüsselding. Okay. 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 Trinne. Ich hoffe es. Ich registriere schon die Pinks. Gut gemacht. Und jetzt raus da. Sekunde. Auf den Zaubern ist dein Name aufgetaucht. Jemand, den ich kenne, ist hier. Ich seh mir das an. Mach keinen Scheiß, Aiden. Diese Jungs sind keine Dorftrottel. Ich bin bald zurück. Lokalisieren Sie Damiens Meeting. Wo bist du, Damien? Komm, geh da durch. Ich glaube, die Optionen haben sich wieder zurückgestellt. Kleinen Moment. Ja, die haben sich wieder zurückgestellt. Oder? Haben sie das? Ich weiß es nicht. Sie müssen wissen, dass ich schlecht gekostet habe. Über einige CTO-Ausseite. Welche Aspekte? Die kostet viel. Ganz gut. Ich bin kein Aspekte. Also kein Geld. Was dann? Ganz simple. Sie können den Brett haben. Weniges ist so einfach. Wie lautet der Preis, Mr. Brink? Ich bin hier im TTO-Ausse. Ist sie wie in Kelly? Recht. Sogar den Röscher, wobei wir hier die Tatsache sind. Ich weiß, sie lohnt sich da oben. Ich weiß, sie lohnt sich. Ich weiß, sie lohnt sich. Aber sie müssen sich das wissen. Und Kelly ist gleich wieder da. Ach, sie ist jetzt echt da. Ich soll den Sie noch. Ja, die Kelly. Vergiss euch. So ein Pisser. Alarm ist ausgelöst. Sieht euch um. Verdammt. Demian wird noch alles vermasseln. Warum merkt er das nicht? Wir brauchen Ray Kenny. Ich muss ihn da rausholen. Aufwachen. Der Kerl ist gut. Das, meine Freunde. So was sind wir ein Skill. So, raus hier. Ist das innerhalb der Mauer? Das war da jetzt meine richtig skillische Aktion. Ruf ihn doch einfach an, Alter. Damien hat T-Bone verwahrt. Er wollte mich aufhalten und hat's auch versucht. Diesmal gewinnt er nicht. Da kommt Ärger auf dich zu. Bloom weiß, wo du bist. Du musst dich irren, Amigo. Wenn ich mich recht entsinne, bist du doch da, um mich von Bloom's Radar zu löschen. Ja, das hat geklappt. Nur ist jetzt die Militze hinter dir her. Manchmal sollte ich auch die Stimme hören, die mir sagt, dass ich im Bett bleiben soll. Manchmal. Ja. Gott verdammte Scheiße. Okay. Beeil dich ein bisschen. Bin dabei. Aber gerade habe ich ein kleines Monat in meinem Motorrad. Gut ist, dass ihr gerade nicht auf Zeit geht. Ich bin sehr schlecht in Zeitspielchen. Wee. Ich bleibe im Weg. Ich kannst du besser schießen als die Chips. Autsch, da bin ich aber auch voll reingeplatzt. Ich habe doch nicht damit gerechnet, dass die Leute schon hier sind, Alter. Alter Schwede. Ich dachte, die kommen jetzt alle erst durch den Eingang durch und ich muss verteidigen. Ich bleibe im Weg. Hoffentlich kannst du besser schießen als die Typen. Schießen kann ich auf jeden Fall besser als diese Typen. Guck mal. Na, habt ihr mich schon entdeckt? Immer noch nicht. Oh. Alles, was wir haben. Ah, da habe ich noch was gesehen. Hallöchen. Wer hat mich denn da entdeckt? Findest du? Ja, da kommen halt noch mehr aus. Der hält aber auch aus, der Typ, ey. Ne, geht doch. Hallöchen, T-Bone. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Nur fair. Wir müssen hier weg. Folge und beschütze Tibor. Scheiße. Jetzt werde ich hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallscharf schalten. Und dann müsst ihr echt die Ufe schwingen. Schade. Hört auf, so viel auszuhalten. Mal auslegen, Mann. Du, ich bin gerade fast, will ja. Ja, wohin denn? Bombe gelegt, aber nicht bereit. Der Detonator braucht ein paar Sekunden, um aufzuladen. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar? Das sollte machbar sein. Das soll ein großer Riesensichergum. Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Hey, mach dich bereit. Funktionieren die Fallen. Löst die Fallen aus. Jetzt. Vorsicht. Hey, funktioniert. Auf den Klauen. Jetzt. Ich bin gerade. Ich habe immer gewusst, dass meine Kunst Sprengkraft hat. Ich brauche Hilfe. Ich bin aus dem Unterholz gekommen. Die Maschine hat echt Durchschlag. Mit. Wie ihr seht, das war mein Spaß. Alles okay, Mann? Alter. Ich drehe dieses Ding da. Das ist eine Megafalle. Ich schieße ihm direkt in den Kopf rein. 50 Schüsse. Und er stirbt einfach nicht. Damit das mal klar ist, ich mache dich verantwortlich. Halt mal. Wir müssen hier weg. Scheiße. Wir hätten hier alles hochjagen müssen. Ich muss noch mehr Fallenscharf schalten. Da müssen wir echt die Hube schicken. Das kann nicht sein. Hat das Zeitung keine Sicherheit? Na gut. Mal loslegen, Mann. Vorsicht! Wie kommen die eigentlich alle schon hierher? Ja, du bist! Was kannst du eigentlich? Oh, nice. Wird's hier langsam zu heiß, Mann. Mit allergisch gegenstärfen. Ach so, das ist noch die Anfangsklässe. Sieht doch voll geil aus, ey. Du musst nur sicher gehen, dass die den nicht abschalten, klar. Hast du Kopfhörer? Was? Ganz genau. Du brauchst angemessene Musik für diesen Anlass, mein Freund. Oh, oh. Das hatte ich nicht vor. Oh, oh. Boah, ich will nicht auf diesen dummen... Oh, ich will nicht auf diesen dummen... Hey, komm zu mir! Oh Gott! Ich habe immer gewusst, dass meine Kurze schon meine Kraft hat. Ich brauche noch eine Minute, nur noch eine Minute! Mist! Ich weiß nicht, mit allergisch gegenstärfen, ey. Halt sie fern! Hör mir denn noch! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh!